Dieser Ford Tourneo Connitzt mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Transporter ist fünftürig, bietet Platz für fünf Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe und noch vieles mehr. Der sparsame Diesel überträgt eine Leistung von 120 PS auf ein Sechsgang-Schaltgetriebe. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis